6 Grad Außentemperatur. Der Winter zieht langsam ins Land. Während du damit beschäftigt warst, Serien zu schauen und Abstand von der Masse zu halten, haben sich manche Menschen sehr gut an diese harten Bedingungen angepasst. Schlammige Wege meistern sie mit Stil. Und sie bereiten ihr Essen mit größter Sorgfalt zu. Das liegt wahrscheinlich am Big Green Egg. Unkonventionell und beharrlich. Das Egg ist immer und überall einsatzbereit. Mit dem Egg bist du im freien Zuhause. Auch im Winter.